Alia Löhle meine Freunde Hier ist wieder euer Handy Gamer Heute spielen wir BitLife Natürlich deutsches BitLife Weil ich kann kein Englisch Naja nicht so gut Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt Lasst einen Daumen nach oben da Ich fang natürlich ein neues Leben an Ein neues Leben habe ich gesagt Aufgeben Und zufälliges neues Leben Wie heißt es? Pauline Santa Werbung Oder hat Langeweile und greift zu Schokolade, Keksen und Co Damit ist jetzt Schluss Meine Freundin hat mir die App Melia empfohlen Und mein Essen So Leider habe ich hier Werbung Das ist scheiße Okay Und überlegst welche Fertigkeit du perfektionieren willst Um alle zu beeindrucken Die du kennst Wie entscheidest du dich? Dreiradfertigkeit Zähneputzenfertigkeit Bauklotzfertigkeit Schreibfertigkeit Oh Michael Ist aber nur ein Jahr alt Ich dachte ich würde schnell Diese Werbung Ich glaube es wird mehrere Teile davon geben Ich will ja jetzt nicht zu lange aufnehmen Und dann über ihn lachen Ich will ja nicht die Pette sein Die Emily Die ist ja Mama Nicht die Emelies Ich will jetzt in der Pause Fangen Teams aus Und die letzte war steht an Das ist immer Das ist drückend Das ist immer definitiv ohne Zunge Oh nein Marike ist gestorben Oh nein Ich bin gerade relativ Ah Verknippen Cool Ich wollte gerade sagen Ich bin relativ traurig Aber egal Komplette Gitarre Gitarre will ich Mein Bruder darüber reden Ich habe hier Gitarre gelernt Und jetzt mache ich etwas Nicht so tolles Gärtner hat doch locker Nicht so viele Runde Oh fuck Oh fuck Oh alter Ich bin 14 Ich bin strafbar Kriminalität Kriminalität Dann hat ich einen Techniker Jo Schieß übertreib Oh shit Ich wurde gefangen Egal wie schlecht bin ich Ist der Boomer doch eigentlich Einfach Komm schon Ich brauche Geld Ich brauche fucking Ich brauche kack Geld Alter So sorry Da gab es gerade kleine Probleme Er hat den Boomer Alter das ist ja richtig einfach Warum haben alle so ein komisches Eckiges Haus Ich bin noch so lang Ich bin noch so lang Sorry Oh nein Die falsche Spiel Ich habe noch meine Wut rausgelassen Sekundarschule Zum Arzt gehen Oh nein Ich glaube der kostet etwas oder? Oh nein Nein Ja Nein Nein Ich bin gar nicht Nein Ich bin noch die Jetzt noch die Ich bin noch die Ich bin noch die Dann Ich bin noch die Was ist das für ein Waudi? Okay, den PC kann ich da nicht mehr mitnehmen. 910 Euro, okay. Jetzt kann ich bummeln gehen und eine Gitarre kaufen. Oh nein, ich kann nicht shoppen gehen. Ich bin 15. Wir wollen ganz helfen. Die Prüfung absolvieren. Der Schauverkehr ist bestanden. Und jetzt bin ich... Erwachsen! An der Universität bewerben. Dünne Spar... Strafjustiz. Ich bete nach. Ich bete nach, ja. Um bummeln will ich gehen. Bummeln! Jetzt kann ich das doch wohl, oder? Ja. Jello-Orgel-Klavie alt. Das ist schnitt. Jo, jo, übertreib halt. Wie teuer sollen die noch sein? Ich kann mir ein Keyboard kaufen. Ich kann mir ein Keyboard kaufen. Ich glaube, ja, aber... Ach, weißt du was? Okay, Werbung. Ja. Leute, ihr seht im nächsten Video, was ich mache. Das war's dann mit dem Video. Bye, bye. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.